Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Master Builders und wir bauen heute ein Haus, habe ich gehört. Ein Haus bauen, habe ich nie gemacht. Ja, in Minecraft ist das schon selten so ein Haus, ne? Ich setze mich immer auf die Bäume drauf, das ist einfacher. Komm schon, komm schon, komm schon, Fichtenholz, Fichtenholz, Fichtenholz. Aha, da baut also jemand mit Fichtenholz. Als ob ich mit was anderem bauen würde. Ich kann doch nicht dem guten alten Fichtenholz den Rücken zukehren. Boah, ich weiß echt noch nicht, wie groß ich das bauen soll. Ich glaube, ich mache das so. Das ist, glaube ich, so ganz gut, würde ich behaupten. Treppe, ich bin fast fertig. Ja, fast fertig, genau, jetzt schon. Ja, easy, Treppe. Fabio macht einfach so das Haus in einer Minute und dann kommt der Vorgarten noch. Und da werde ich nicht fertig, würde. Genau, das glaube ich allerdings auch. Komm, Bau schneller. Aber bis jetzt kann man sagen, mir macht dieser Spielmodus verdammt viel Spaß und ich hoffe, ich kann in den nächsten Folgen auch wieder mal dabei sein. Das hoffe ich auch, dass du das kannst. Müssen wir mal Drone of Things spielen, das ist auch sehr geil. Kennt ihr das? Nein. Also doch, doch, ich kenne das sogar tatsächlich. Aber Masterwilder, das kenne ich besser. Ja, guck. Du musst da halt was malen auf der Leinwand und wir müssen es erraten. Ach, Montagsmaler oder sowas. Ja, genau, so ähnlich. Achso. Ne, warte, das ist dann wieder... Hier wollte ich mal was anderes. Ne, ich mache das in der Mitte an. Achso, tschau. Habe ich so ein bisschen Abwechslung. Habe ich so ein bisschen Abwechslung. Ich mache das bei der Leinwand. Ich mache das mit den Haaren. Habe ich so ein bisschen Abwechslung. Ich mache das mit der Leinwand. Warte, das ist Beste, das ist ein bisschen Abwechslung. Aber ich mache es halt nicht auf, was ich nicht Extra Christine. Da ist das im Abwechslung. Ich mache das so ein bisschen Abwechslung. und wie weit seid ihr schon ich bin am dach also ich ja ich auch okay das ist ja lustig dass jetzt alle am dach sind also mein grundgerüst ist steht jetzt gleich neil um häuser zu bauen brauche ich mehr zeit es wird echt knapp bei mir wie sieht das bei euch aus ja das ist also kommt drauf an was man alles macht also ob das hier nicht geht egal ach warte dafür hätte ich es noch gebraucht hier so auch nicht mehr und um okay ist ein haus Ich wollte dafür eigentlich noch Holz nehmen, aber das kriege ich jetzt nicht mehr hin Ähm Na egal Ja, ist okay Ist halt ein Haus, ne? Äh Ich glaube ich weiß, was das sein soll Das ist falsch in der Reihenfolge Ja, das auch Wenn man das baut, dann Ich mach It's okay It's okay, hab ich gemacht, die Idee ist Was soll das denn sein? Hä, Spongebob Ja, ich war mir nicht ganz richtig Ja, ist ein Haus halt, ne? Ja Ich mach It's okay Hat er keine Inneneinrichtung, aber ist halt ein Haus Ja, ich auch nicht Das stand raus, ne? Ich hab so ein bisschen Äh, mein Eis war bleeding, nicht fertig Ja Richtig Ah, krieg ein Mäh Die Idee ist okay Und reingehen Ja, man kann's ja von oben reingehen Also Oh, da durch die Seite geht ja auch Oh 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 Kaplavo Das sieht auch aus wie der Stein von Patrick, alter Ne, das ist Holz Nur ein klein bisschen schöner Ich geb auch ein Mäh Ja Da geb ich auch ein Mäh Ist aber eingerichtet Ja, aber Trotzdem Sehr minimalistisch Ja klar, aber trotzdem Äh, Häuschen Ja Nicht fertig Ja, ist nicht ganz fertig Punktabzug gibt Wo ist es nicht fertig? Ich mach ein Mäh Kein Fenster Ja, Fenster und bei der Tür hier fehlt noch ein Holzding Ja, ist okay Ja, ist okay Dankeschön Oh Na gut, aber immerhin hast du vor In den letzten 5 Sekunden einfach mal Blumen gebläht Ne Das sieht aus wie so ein Tempel oder so Ich hab da wollte ich heiße ausbauen Ich mach ein Mäh Ich hab mein Eisabreding gegeben Ja, ich war auch kurz davor, aber Ja, okay Tja Das ist das auch wieder Das ist cool Ja Bisschen moderner so Gut gemacht, Fabian Dankeschön Ich hab It's okay gegeben Ich fand das eigentlich ganz gut Und es ist fertig, also Ne Okay, das ist Das ist sehr Mäh My Eisabreding Gebe ich Da fehlt eine Tür Sehr Mäh Ja, sehr Mäh Da fehlt einfach eine Tür Da brauche ich noch so eine Abstufung Zwischen My Eisabreding und Mäh Die man einfach sehr Mäh nennt Super Mäh Gibt's dann auch noch Ich hab das gewonnen Und Mäh Digitiert zu Boah, ja, hab ich echt Nice, Alter, die Folge Und du bist Dritter Und wo ist Tobi Vierter? Nice Okay, jetzt sind wir doch alle gut platziert Ja, egal Mal gewinnen Mal verliert man Nächste Runde 167 Alter, ich hatte sogar diese blaue Dingsbums Das ist, wenn man richtig krass ist Von der Bewertung Also grün ist ja schon übergut Ah, ich hatte dieses blaue Okay, heftig Läuft bei dir What the fuck Ja, dann würde ich sagen Ab in die nächste Runde, oder? Jo Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt Du Ach, nee Sowieso 0.09 Ich hab schon heute schon 0 Schritte gemacht Krass Fauler Sack In 9 Minuten noch nicht aufgestanden und rumgegangen Ey, das ist mehr, als ich am ganzen Wochenende mich bewege Und... Was wird es, was wird es, was wird es Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt Ich auch Oh, Tobi Nice Oh, scheiße, das krieg ich aber nicht so gemauert Alien Oh, shit, mehrere Hauptsache, ich kippe in die Surzelle erstmal Aliens ein Man kann ja mal gucken, ob es da was gibt Alter, wie soll man Ich hab überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll Boah, ich hab voll die geile Idee, da brauch ich aber definitiv mehr Zeit Ja, das glaub ich auch mit der Zeit Ich hatte auch ne Idee, aber das dauert einfach zu lange Ich glaub ich mach Mal Ich glaub ich probier mehr Mit Details Durchzukommen Anstatt mit So normalen Werten, sag ich mal Ich hab die Befürchtung, das was ich Bauer kennt Außer Fabian Und Fabio vielleicht gar keiner aus der Runde Deshalb krieg ich vielleicht Punktabzug und das liegt in die Luft Dabei ist es ein Filmklassiker Ich hab das Gefühl Dass ich so ne Ahnung hab, worum es sich handeln könnte Ne, das ist zu übertrieben Fabi, ich hab das Gefühl, das wird wieder eine spritzige Nacht Oh ne Brauchst du irgendwas von Transformers? Ja Ich glaub schon Man sieht aus wie ne Roboter Hm, nicht gut Ist okay, kann man machen So, der kriegt hier noch ein kleines Kind daneben Eigentlich müsste ich jetzt ganz fett ein A, ein C und ein M bauen Oh, Hauptsache soll das Kind sein, ist er größer geworden als er Egal, dann sind es einfach jetzt Partner Geil Passt schon So, eins So, warte mal, dafür brauche ich jetzt noch... das... das... oh ich hab noch ne coole Idee... So, das mach ich schon anders... So... das mach ich schon anders... So, in 1,6 Minuten, easy... In 1,6 Minuten, easy... Ne, meins fliegt... Meinst du? Ja, ich hab zu tief gebaut, sonst hätte ich das vielleicht noch rund gekriegt, aber... ne... Aber die Idee hinter meinem war gar nicht mal so übel... Ah, ja, doch, das hat schon was... das heißt mach ich hier noch eben so... Okay, da ist die Idee cool, da wünschte ich fast, wer hätte ein leicht anderes Thema... Hätte ich 10 Minuten, hätte ich dir einen kompletten Alien hier hinsetzen können... Aber nein, müssen ja nur 5 Minuten sein... äh... Oh, warte mal, wenn ich jetzt noch schnell... Was ist das? Okay, das wird glaube ich ganz cool... also... doch... Ich bin schon einigermaßen zufrieden... Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, es tut mir so leid... Bei mir auch... Es tut mir so leid... Äh... äh... Also der eine hat ein Wow-Everything-is-awesome in der Hand... Sieht man das? Jaja, du kannst doch gucken bei den Leuten... Was zum Teufel soll das sein? Wahrscheinlich so eine Art UFO, das ist aber richtig schlecht... Und irgendwie ganz viele Hebel... Ich mach mal... Ne, er hat noch nicht mal Aliens, ich mach mal Er ist Er Bleeding... Ja... Hätte mir einfach Pobys Mutter einmal müssen... Alter... Oh shit... Xenomorph... Ne, er hat mal Eis Er Bleeding... Ja... Ich find der ist richtig scheiße geworden... Ja, ich sag, ich brauch mehr Zeit... Oh... Sorry, Tobi... Schneemann... Thema verfehlt... Das auch mal Eis Er Bleeding... 3D-Art geht gar nicht... äh... 3D-Art... 3D geht gar nicht... Also 3D kann schon gehen... Ich möchte mich mal ansteigen Alien sehen... Da haben ja noch keiner so richtigen Alien gebaut... What the... Thema verfehlt... My Eyes Are Bleeding, Alter... Was ist denn das? Sieht interessant aus... Ich weiß nicht, was das ist... Wasser... Jede Menge Wasser... Wenn das so weiter... Also... Ich dachte am Anfang so... Ich war ziemlich irgendwo im Mittelfeld, aber... Vielleicht ist meins doch besser als ich dachte... Was soll... Das... Ja... Ja... Okay, dieses Ufo-Dings... Das kennt man schon so ein bisschen... Es ist... Krieg Nils... Okay, Alter... Krieg von mir ein Mäh... Ist auf jeden Fall deutlich besser als... Das meiste, was bis jetzt kam... Ja... Ja... Hoff mal weiter... Näh... What the... Was der Hölle ist das? Das soll glaube ich... No... My Eyes Are Bleeding... Ja, My Eyes Are Bleeding... Ja, aber... Wo ist der Alien? Ich glaube die Dinger hier... Und... Ja... Aber den hätte ich doch wenigstens noch Augen gegeben... Ja... Echt... Echt... Billig... Aber das ist ganz... Cool eigentlich... Ja... Ja, aber da oben die Aliens sehen komisch aus... Ja... Krieg'n Mäh... Hab ich auch gegeben... So... So wie bei den Simpsons wär cool gewesen... Kennt ihr die? Ja, klar... Daran hat mich das auch erinnert... Ich vergesse nur immer die Nacht... No... Okay... My Eyes Are Bleeding... Es ist außerdem nur einer... Ja... Auch Mäh... Ich würd's feiern, wenn jemand ALF gebaut hätte... Ja, das wär cool... Aber den in der Zeit... Ja, das ist halt schwer... Weil Baum und so 12... Okay... Ja, das ist ja wenigstens ein bisschen wie... Krieg'n It's okay... Ganz ehrlich... Den Eis Are Bleeding... Ist eigentlich ganz okay... Ja, find ich auch... Das eine sieht aus, als ob dem irgendwas auf den Schädel gefallen wär... Ne, der hat einfach so... So Schnorchel da drin... Oh... Oh... Der eine sieht aus wie Thaddeus... Stimmt... Da braucht uns das 2D Art... Sollten wir das voll gern... Haha... So offensichtlich... Ja, 2D Art geht gar nicht... Ja... Aber ich find das UFO dahinter noch ganz nice... Stimmt... Hast du... Hätte doch ein Bärbekommen... Ach... So... Ne... Der ist wieder mein Eis Are Bleeding... Dann erkennen wir... Das ist keine Aliens... Aber... Bei mir hat man wenigstens Aliens erkannt... Ich hätte hier so ein bisschen 3D-Kontur nicht mehr machen können... Ja... Aber ich war mit dem UFO... Ein bisschen beschäftigt... Ich dachte, das wertet das so auf... Aber irgendwie hat fast jeder ein UFO gemacht... Ein UFO hab ich überhaupt gar nicht gedacht... Ich bin dritter geworden... Ich bin vierter geworden... Ich bin vierter geworden... Ja, der okay hat... Und Tobi ist vierter letzter... Ja auch... Dritter von unten... Schön... Ja gut... Hat er doch noch auf den Sieg gehofft... Egal... War wohl nicht meine Runde... Nein... Ich hab jetzt die 3000 Gems geknackt... 3007... Games... Gems... 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 Diese Währung... Gems... Egal... Geht weiter... Ja... Ich bin mal gespannt wie die nächste Runde jetzt wird... Ich hab 2700... Oder ist das schon die dritte? Weiß gar nicht... Nein, nein... Sicher? Ja... Ich mein das ist erst die zweite... Egal... Und wenn dann ist egal... Die machen wir auf jeden Fall noch... Oh, Hilfe... Was kommt jetzt? Ich ahne... Die Zuschauer werden's ja in der... Länge der Folge sehen... Ja... Oh, keine... Oh... Den hatten wir ja nicht schon 10 Milliarden Mal... Äh... Was hat da... Ich glaub da hab ich so ein paar gute Ideen... Wie man den machen könnte... Ja... So meine Idee Klaus gibt's Ärger... Boah, ich brauch noch nicht mal... Ich hab nicht mal was... In der Hand... Ach, das kann man nicht... Wie dein... Ah, lustig... Find ich auch... Guck, Tobi versteht mich... Auch ohne Worte... Wir beenden gegenseitig die Sätze des... Anderen... Tja, Fabio... Find du erst mal einer, der das mit dir macht... Und dir zwar leise... In den Kommentaren hab ich schon überall so... Mach doch den armen Fabio nicht so... Wenn die hauen weiter mit Rob... Das kann natürlich auch sein... Das fänd ich lustig... In den Kommentaren würde ich auf jeden Fall ein Like geben... Nicht nur du... Ich hab's euch alle... Ach, wir auch... Scheiß... Scheiß... Abonnenten... Nee... Die Abonnenten niemals bestimmt... Achso, du hast Julien... Und bis selbst... Ja, jetzt wird mir keine Beleidigung ein... Die man in diesem Video sagen darf... So... Ihr Fabian? Nee... Ähm... Oh, die Farben sind sehr interessant... Die würden Tobi gefallen... Die was? Die Farben... Ich hab Fahne verstanden... Doch... Doch... Sie müssen alles wissen... Seit wann... Seit wann heißt die... Seit wann sind die Zuschauer die NSA... Ey, das geht ja mal gar nicht... Ha, 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 ha... Ich hör schon auf... Okay... Habt ihr bislang schon an nem Zug gebaut? Ja... Was ist ein Zug? Was ist ein Zug? Kenn ich gar nicht... Nö... Ich bin auch gerade am Zug... Der ist immer so zügig unterwegs... Ah... Ja, ne... Nee... Okay, das geht schon mal klar... Gut, jetzt brauch ich nur noch einen Zug... Krass... Ja, ich hab so ein bisschen Ambiente erst mal gebaut... Ist ein Bahnhof, ne... So eben mal... Ja, easy... Kennst mich doch... Ja... Und erst den Bahnhof und dann den Zug... Ich probier mal was... Oh, no risk of an... Ja... So sieht's aus... Ah, wobei... Ich hab sogar noch ne bessere Idee... Eventuell... Oh shit... Dropped er... Kann sein... Also wenn das fertig wird, sieht das richtig nice aus sogar... Two minutes to shit down... Ähm... So... 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 dann noch ein paar sekunden und auch shit und schade scheiße okay ich bin fertig geworden also meine ist auf jeden fall besser als das weiße Eis habe ich mir gedacht ich bin mal gütig ohne Lokomotive wäre auch cool gewesen aber habe ich vergessen Nup Nup El Mostafo die Lokomotive von der Idee her echt cool aber leider nicht fertig geworden ich mach mal jetzt okay das sieht nicht danach aus der clasht auch gleich gegen die Wand okay das ist eiskalt Tobis das ist easy Tobis es sah jetzt mal einfach genauso aus ich gebe auch ein gut ich habe da nicht an die Schienen gedacht war das nicht sogar in der Folge drin ja war ich glaube in der anderen was zum ja klar nicht in der jetzt aber zähl mal verfehlt das sieht nicht aus dem Zug nicht wirklich das sieht aus wie einfach irgendein Klotz mit einer Treppe an der Seite ja mit dem Glas so der Typ hatte gerade eben schon mal gefailt äh ne das kriegt da würde der dagegen fahren hätte ich Spaß aber macht er ja leider nicht als ob das stehen bleibt wahrscheinlich sind die meisten bisschen gnädiger gewesen ähh ne ja meh 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 okay der hofft noch dass er ne gute Bewertung bekommt sag mal ne in der letzten Runde hat er gewonnen was soll das ECE Oder sowas Ach, ich mach jetzt okay Ja, jetzt okay geht Er wird nur gleich irgendwann abstürzen, weil er keine Schienen mehr hat Ja, ja gut, aber trotzdem Ah, der sieht irgendwie Keine Ahnung, abstrakt, aber Thema verfehlt Ich weiß, was er bauen wollte, aber der Zug fehlt Ja Deswegen mal als Abelie denkt, tut mir leid Man muss Prioritäten setzen, so wie ich Und erst mal zwei Minuten lang was anderes bauen, was kein Zug ist Ah, der hat jetzt auch Der Duffy fünf Minuten gebraucht hat Anscheinend, vielleicht war er davon vier Minuten auf dem Klo Ja, der kriegt auch ein Ja, wahrscheinlich Das ist eigentlich ganz cool Die Geisel sind ganz gut geworden Ah, ist okay Ist okay, auch eingerechnet Ja, wie der sich einfach Eiskalt selber lobt, jedes Mal Ach shit, ich hab auch vergessen Dix zuzumachen My eyes are bleeding Hä, warst übergut, wow, everything is awesome Ne, war das quasi Alter, der Zug in den Tunnel, damit hab ich mal in der Folge gewonnen, obwohl der Zug scheiß aus sah Das kann doch ruhig nochmal passen Ja, aber der Zug muss schon in den Tunnel passen, sonst passt das Wir hatten, wir hatten, wir hatten My eyes are bleeding Okay, ja, ne, ich mach mal Ja, ne, ich mach mal Ich mach das, glaube ich Was machst du? Das ist, äh, ich hab nicht gewartet Tut mir leid, sorry Und Ja Ja, war klar Tobi hat schon mal mit dem Zug gewonnen Warum nicht nochmal? Ich bin besser als du Ja, drei Punkte Was sind drei Punkte? Ich glaub, in dieser Runde hat jetzt jeder einmal gewonnen Also in der Folge, wenn's drei auch Ich mein, es wären nur zwei, aber wir werden's ja sehen Wie auch immer Auf jeden Fall, wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da Schaut auch bei Tobi vorbei Ja, ich mag Züge Ja, und dann Ja, du hast ja noch nix Wenn du was hast, dürfen die auch bei dir vorbeischauen Bis dahin Haut rein Und tschüss Tschüss Tschüss